Strampeleanzug! Hallo zusammen. Ich darf den Anzug behalten? Na klar, mir passt er nicht. Tu einfach nichts, was ich tun würde. Und tu auf keinen Fall, was ich nicht tun würde. Es gibt da so eine kleine Grauzone und genau da bewegst du dich. Was geht, Leute? Wartet mal. Ihr seid nicht die echten Avengers. Aber das heißt nicht, dass du ein Avenger bist, falls du dich das gefragt hast. Au. Ist keine Umarmung. Ich mach dir nur die Tür auf. Au. Okay, Kleiner. Viel Glück da draußen. Die Welt verändert sich, Jungs. Dort zeigt, dass wir das auch tun. Hör zu, Peter. Vergiss den fliegenden Monsterkerl. Es gibt Leute, die sowas handeln. Es nervt. Stark behandelt mich wie einen kleinen Jungen. Aber das bist du doch. Das ist meine Chance, mich zu beweisen. Leg dich nicht mit mir an. Sonst töte ich dich und alle, die du liebst. Das ist meine Chance, mich zu beweisen. Und das ist meine Chance. Um, dass meine Chance. Das ist die nächste Chance. Wie soll ich mich? Was ist die Sache? Das ist dienende.